Was ist der Cobblestone da an der Seite? Heißt das, der ist zu Ende? Das Haus? Welcher Cobblestone? Der da. Äh, wie? Doch. Nicht, dass ich wüsste, dass ich einen Cobblestone will, zum Beispiel als Sender. Ich habe nur einen Cobblestone als Fundament benutzt hier, aber das ist ja nicht vorbei. Ja. Hier. Also ist das Haus doch zu Ende. Hier ist nichts zu Ende, ist doch... Siehste? 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 Hier kommt noch ein Balken. Bist du das? So, ja. Der Fundament ist zu Ende, ne? Das hast du zu Ende gebaut. Hier ist es zu Ende. Oh nein, Schatze, ja. Hier. Bis hier muss der Kerl gehen. Nein, ich habe noch keinen Cobblestone mehr gehabt. Jetzt bin ich stark verwirrt. Ich habe noch gar keinen Cobblestone richtig gesetzt. Wenn sie mir zugehört hätten, hätten sie das gewusst. Das ist alles. Das ist meine Schaufel. Ich komme jetzt in einen Eingang. Erstmal muss ich jetzt einen Eingang bauen. Entschuldigung. Und ich brauche ne Schaufel oder mehr... Mehr Schaufeln. Sooo, jetzt hab ich wieder Schaufel. Aha. Und flupp. Zack, 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 klack, klack, klack. Ah, hier schon zu Ende. Okay, kabel, kabel. Geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt. Und jetzt sind wir einfach am Ende angekommen. Sauber. Die ganze Wand kann jetzt rausgerissen werden. Können wir es da ungefähr mit ausnehmen? Was denn noch? Autsch. Sooo, so, 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 so. Das mache ich erstmal so. Klack, 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 klack. So. So. Okay. Weiter, 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 weiter. So. 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 Wie viel Uhr haben wir eigentlich? wir haben wir schätzt du haben es 4 uhr 1 das geht ja noch also für 1 nachts das geht und zack 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 jetzt reiß ich mal hier den boden raus und schon dabei felder anzubauen nein nein das kann aber nicht sein so sachen die die du im internet hast sachen die ich im internet hasse ja kleine kinder und wieso selber noch ein kleines kind nein im geist du ja ich hasse mich eigentlich selbst mit 17 sehen wir noch zum kleinen kinder wann ist man deiner meinung nach erwachsen mit 18 mit 18 genau also du bist gerade naja geht so ja ich bin schon ab ja aber wenn du schon erwachsen bist man weiß es nicht es gibt halt zum beispiel 18 jährige und 18 jähriger sind wir nicht alle immer noch ein kleines kind männer bleiben sowieso ihr leben lang kleine kinder also in ihnen steckt auf jeden fall immer das kleine kind so die engen lohnen sich eigentlich noch gar nicht in diese wände zu machen finde ich weil das haus ändert sich jetzt am anfang kein sehr schnell lohnt sich das noch nicht diese wände zu machen ist immer noch kein glas neuer eingang warum hast du das wort so geschrieben homie sweet homie 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 ja homie auch nett sieht zwar aus wie so ein kleiner baukasten aber das wird ja dann muss ja noch ein dach drauf nehmen wo hast du denn glas gesammelt da hinten aber das ist das Schuhe erkennst, hier ist es, aber gut, muss doch mal so wichtig. Ah, hier. Deswegen sind... Nee. Nee, schon gut. Hm. Man muss irgendwie so eine Wüste finden, oder so. Ich will ja nicht den schönen Strand hier vernichten, weißt du? Oh, da hinten sieht's schön aus. Ich glaub, da hinten ist eine Wüste, da geh ich jetzt mal gucken. Oh, ich hab aber gar nichts mehr zu essen. Ich koch heute nicht. Oha, ich hab eine Wüste gefunden. Oh, er muss kaum ein MPC-Dorf da ist. Das ist meistens doch. So. Aber ohne Essen trau ich mich nicht in die Wüste. Dafür baue ich jetzt lieber mal den Bambus da ab. Ach, hier kann man gut eine Bambusfarbe ausmachen. Den Bambus hat euch dahin gepflanzt. Achso. Na, dann mach ich da jetzt mal eine Bambusfarbe aus. Dann musstest du's aber auch ordentlich machen. Kannst du einfach irgendwie hinpflanzen. Nix. Er macht schön aus Sand. Schatz, hast du was zu essen? Ja, eine Mascheromsuppe. Weil ich bin so gut wie am Verhunger. Um mir geht's nicht anders. Dann esse ich Äpfel. Ich glaub ich mir die Suppe. so was brauchen wir denn holz brauchen wir eigentlich für die fans und so ja ich bin dabei ach so wie viele fans hast du denn schon ich brauche es mal das macht ja dann mache ich erst mal weil dann du willst die hühnchen farmen noch in 20 ok so würde ich sagen so ab hier dann ist die erste wasserreihe hier 1 2 3 4 5 6 so 1 2 3 4 weg 1 2 3 4 wassergraben 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 15 16 so und hier ist dann der weg so 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 ich hoffe du hast bucket das ist ja ein zombie in unserem keller ja ich habe ein bucket gut gut ist das normal dass die felder alle unterschiedlich langsam ja es hat irgendwo einen sinn ach so ok so ähm wer hat das dort da weg gemacht ich nicht ach so das war ich ja entschuldigung wir brauchen jetzt langsam mal eine kiste für koblistone so dann kommt hier in die ecke eine einzelkiste du musst immer die türen schließen mein schatz kilometer und in die einzelkiste kommt koblistone wasser können wir später ordentlich machen oder nicht ja hauptsache es erfüllt erst einmal den zweck aber jetzt brauche ich natürlich noch nur so so dann mache ich erst mal 22 stone so ich noch die ganzen zieht hier so klack 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 Lalalalalala Klack 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 Also alle können wir noch nicht ausfüllen, aber erstmal ein paar. So, hey warum hast du da in der Mitte Wasser gemacht? In der Mitte sollte kein Wasser. So, das wird ein Gravier. Genau. So. Gravier. Klack klack klack. Klack 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 klack. Klack klack klack. So. So. Eins, zwei, drei, vier. Fünf musst du denn schauen. Eins, zwei, drei, vier. So. 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 Sagen wir mal ein schönes Lied an. Was haben wir denn da? Die hier. Ich dachte, du wolltest Fenster holen. Sand. Ja, aber ich habe noch gar nichts zu essen. Du bist echt cool, ganz ehrlich. Ja, dann hole ich das eben. Dann zieh du mal da Zaun rum und mach da das Wasser gerade. Dann hole ich in der Zeit mal hier. Sand. Zaun hast du noch hier gecraftet, ne? Ich habe noch gar nichts gecraftet. An Sand und Zaun. Aua. An Sand und Zaun und Aua. Ja, an Sand und Aua. Oh, ich habe Sand gefunden. Du willst... Du wirst es nicht glauben, aber da hinten ist ein Dschungel. Glaube ich. Ja, es ist ein Dschungel. Also haben wir gerade mal jedes Biom, was es gibt, direkt nebeneinander. Schnee auch? Schnee, ja. Schnee ist hier auch. Boah, jetzt muss ich die Welt sich erst mal generieren. Also ich baue jetzt erst mal Fanta. Jetzt fehlt nur noch, dass hier irgendwo ein NPC-Dorf ist. Das wäre natürlich perfekt. Das ist natürlich ein bisschen doof, ne? Was denn? Ja, diese Halle, da kann ich dir das mal sofort hier auf. Hm. Flüchte, wir haben zu wenig Holz. Joa, es ist nicht ganz so schlimm. Oh, es wird nacht, glaube ich. Ja. Es wird dunkel, das ist bestimmt. Aber ich sammle noch mal ein bisschen Sand hier. Ich hoffe, das reicht dann. Ich komme erst mal noch wieder zurück. Und zack, 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 und zack. Boah, ich erst mal die Fenster wieder dicht. Aha. Ich komme. Boah, ich bin gerade erschrocken. Ich dachte, da war so ein Schaf und ich dachte, das wäre irgend so ein Monster. Ich kann nicht mehr sprinten. Neon Cat! Ich bin wieder da. Boah. Boah. Das ist meine Seidie, geh da weg. Nom nom nom. Boah. So. Ja, mein schönes Teppich, ne? Ja. So, Sand, ne? Einmal Sand da, und einmal Sand hier. Einmal Kohle da. Und einmal Kohle da. So, dein Glas wird errichtet. Perfekt. Was. So Forward. Diese KabinDA.